DJT, die Bodensee-Community, heute in Sonthofen. Wir haben Hamza vorher schon gesehen, die Eismeile schwimmen. Wie lange hast du trainiert für die Eismeile? Also für die Eismeile trainiere ich schon seit November. Am Anfang bin ich erst 10 Minuten geschwommen und mit der Zeit habe ich dann die Minuten gesteigert, dass ich dann zum Schluss bis zu 30 Minuten im kalten Wasser trainiert habe und mittlerweile auch schon mal die zweite Eismeile geschwommen bin. C-C-C-C zi-T-Z- Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017